Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zum Qualifien. wir müssen jetzt sagen besser werden als er und da gibt es nämlich diese punkte zum qualifien 1 zwei verschiedene ich will zum rennen aber es müsste jetzt ein paar folgen sein ein paar folgen warum da werde ich mich auch versuchen gut auf der strecke zu halten ich versuche es einfach und es regnet von australien sollte jeden moment losgehen diese strecke mit ihren vielen langsamen kurven ausgingen war schon immer eine starke belastung das management der hinter reifen ist hier entscheidend nur allzu schnell überhitzen die reifen und verschleißen wenn man sich aus langsamen kurven heraus quält der lotus scheint genau wie der ferrari schwierigkeiten mit dem reifenverschleiß zu haben die meisten teams werden auf die ein oder andere weise ihre probleme haben sehr schöne info f1 so regen 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 strecke 27 grad luft 20 grad regen geht zur strecke Lass es anfangs ruhig angehen. Die Strecke ist nass. Ich fahre raus. Einen Sie erstmal die Einfahrrunde? Wir haben weiche Regenreifen. Oh, das sieht doch geil aus. Das würde ich sagen, haben sie gut umgesetzt. Das würde ich sagen. Hier komme ich immer so ins Schlettern. Da gehe ich das so weiter rechts an. Und hier komme ich auch immer ins Schlettern. Das ist eine Kreuzkurve. Oh, jetzt komme ich hier. Das ist eine Kreuzkurve. Alter, hinter mir geht das auch ruhig an So, das finde ich nämlich eine Einführungsrunde und dann kommt nämlich sofort am Anschluss das Qualifying. Zack, zarrer, das soll ja im Regen. Das schaut schon gut aus, muss ich sagen. Ich muss sagen, das schaut schon gut aus. Obwohl wir gerade hier etwas abgekürzt haben. Oh nein! Ich kann nicht rückwärts. Ich kann nicht rückwärts. Upsa. Alles gut. Was? Wir haben eine 5-Plätze-Strafe erhalten. Eine 5-Plätze-Strafe. Ich gebe dir gleich eine 5-Plätze-Strafe. Geht doch ein platten Reifen. Ich habe eine 5-Plätze-Strafe. Ich habe eine 5-Plätze-Strafe. Ich habe eine 5-Plätze-Strafe. Das ist so lang. Oh! Guck mal, das ist eigentlich kein richtiges Qualifying, oder? Ich verstehe das nicht so wörtlich, warte mal, nein, 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 hier steht nichts. Guck mal, das ist eigentlich kein richtiges Qualifying, oder? Guck mal, das ist eigentlich kein richtiges Qualifying, oder? Guck mal, das ist eigentlich kein richtiges Qualifying, oder? Guck mal, das ist eigentlich kein richtiges Qualifying, oder? Guck mal, das ist eigentlich kein richtiges Qualifying, oder? Guck mal, das ist eigentlich kein richtiges Qualifying, oder? Guck mal, nur geringfügig zu sein, aber gehe es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Guck mal, das ist eigentlich kein richtiges Qualifying, oder? Guck mal, das ist ein sehr ruhiger. Guck mal, das ist ein sehr ruhiger. Ah ja, der heißt es bei Regen aus. Maggusson. Rektor? Es wird eigentlich mal ein paar Zeiten hier angesagt. Aber 4 Minuten 30, guck. Das ist doch mal eine Zeitangabe. Das ist doch eine gute Voraussage. Ich fahre jetzt auch ganz vorsichtig. Bei mich ist der 20. Der 20. 1,5. Nein, 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 nein. Dein Ernst? Nein, 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 nein. Wie soll ich das denn jetzt noch zurückspulen? Am besten so. Oh, oh, oh. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schon in dem Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Wir registrieren einen deutlichen Abtriebverlust. Ja, fahr vorbei. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Noch eine Runde könnten wir schaffen. Wird knapp. Hey, die hier mal ein bisschen aus den Gängen kommen. Das kann doch niemand mitmachen hier. Mal ganz kurz raustappen. So, jetzt geht's weiter. Das sind ja die anderen Verzeiten gefahren. Kommt an mich jetzt. Ja. Genau. Fernando Alonso hat auch eine Zeitstrafe bekommen. Weiter zur Qualify-unetein. Also habe ich auch mal schön. Ich habe das nämlich am Anfang ausgewählt. Volle Rundenzahl. müssten dann ja so zwischen 20 und 40 runden sein wenn nicht gar mehr und auf die strecke drauf an als könnte der vergleich noch jetzt kommt das was ich euch vor uns erklärt hat in der letzten folge schon jetzt mal minus 2 also geht zu rennen ok dann werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten folge wieder sehen meine lieben freunde ja